Die Stachelbeer-Saison ist kurz in Deutschland, die dauert nämlich tatsächlich nur von Ende Juni bis Anfang August und die Zeit muss man nutzen, um Omas leckeren Stachelbeerkuchen mit Baiser-Haube zu backen. Dafür brauchen wir zuallererst mal drei Eier, die Eigelb trennen wir von den Eiweiß, die Eiweiß stellen wir in den Kühlschrank und mit den Eigelb machen wir unseren Boden. Dafür brauchen wir außerdem noch ein bisschen Zucker und natürlich Salz, es darf ja immer bei den süßen Sachen nicht fehlen fürs Aroma. Außerdem haben wir noch Mehl und Backpulver mit im Teig, das sieben wir einmal, um eventuell in Klümpchen vorzubeugen. Außerdem gebe ich ein bisschen Vanilleextrakt und natürlich die Butter mit in unsere Rührschüssel und daraus rühren wir jetzt für ungefähr eine Minute, damit sich nicht zu viel Gluten bildet, einen cremigen Teig. Nicht erschrecken, der ist ein bisschen fest, aber das soll so sein, denn die Stachelbeeren geben wahnsinnig viel Flüssigkeit ab. Unsere Form bereiten wir vor, indem wir sie mit Butter ausstreichen und die Ränder mit Backpapier auslegen, denn unsere Baiser-Haube, die klebt notorisch gerne an den Rändern der Form und ja, sieht dann einfach nicht so schön aus. Und dem ganzen beugt das Backpapier ein bisschen vor. Da rein kommt jetzt unser Teig, den verstreichen wir ein bisschen und darauf kommen unsere Stachelbeeren. Die habe ich schon gewaschen und eventuelle Blättchen und Ästchen aussortiert und dafür geht es für 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Fünf Minuten vor Ende dieser Backzeit, also nach 35 Minuten, geben wir die Eiweiß in die Rührschüssel. Ganz wichtig, die muss ja sauber sein zum Eischnee aufschlagen, mit ein bisschen Salz und wenn es dann anfängt so schön weiß cremig zu werden, dann kommt unser Zucker mit dazu. Und jetzt rühren wir das Ganze so lange, bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat und so ein fester, aber dennoch immer noch cremiger Eischnee entstanden ist. Nach und den 40 Minuten holen wir den Kuchen dann ganz kurz aus dem Ofen. Da muss man so wirklich schnell arbeiten, dass der nicht so viel Temperatur verliert und geben da den Eischnee drauf. Oben so ein paar Wellen lassen, das sieht dann nach dem Backen einfach gleich ganz nett aus und nochmal für eine Viertelstunde backen. Wenn der Kuchen dann abgekühlt ist, evakuieren wir ihn ganz vorsichtig auf unsere Kuchenplatte und dann ist auch nichts weiter zu tun, als sich den Stachelbeerkuchen mit einer Tasse Kaffee an einem schattigen Plätzchen an einem warmen Tag schmecken zu lassen. Ich liebe einfach diese Kombination aus den sauren Stachelbeeren, dem süßen Teig und dem fluffig süßen Eischnee. Das ist für mich der absolut perfekte Sommerkuchen und ich hoffe für dich auch und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren.